Kennen Sie das Gefühl, verfolgt zu werden? Hallo, Meister. Wie geht's Ihnen, Stu? Wie ich sehe, nutzen Sie Ihre Wochenenden. Machen Sie und Ihr Sohn ein Big Ear? Oh, äh, Kenny Bostic? Das ist mein Freund, Brett Harris. Aber er machte auch kein Big Ear. Eine Pinkfußgans, eine Pinkfußgans am Ende des Plankenwegs. Entschuldigung. Hey, lassen Sie sie runter. Hey, hey, bitte lassen Sie die Parkfinderin durch. Ja, bitte. Geht weiter, Mädchen. Bitte. Wir haben Zeit. Holt euch eure Abzeichen. Hop, 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 hop. Dani, Dani, bewegt euch. Schönen Beitag, die. Danke. Sie ist weg, Richtung Norden. Ist wahrscheinlich Freitag auf Island. Island war ein wunderschönes Exemplar. Hey, ist das eine Sternenhilfe? Doch nicht. Tut mir leid, dass ich euch enttäuscht habe. Wieder mal.